Hallo und ja, willkommen zurück. Wir müssen erstmal Leute hier hinlocken. Aber eventuell noch eine Achterbahn. Ey, Kalamba. Naja, die können wir doch gut aufwerten. Oh, ich kann Shops aufwerten. Sehr schön. Besucher strömen rein. Besucher strömen immer mehr in meinen Park. So, wie sie das gehört. Äh. Schnell. Die Leute wollen schnell befriedigt werden. Kauft, 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 kauft. Gut, das wird. Gut, das wird gut sehen. Können wir hiervon noch irgendwas machen? Wenn du keine Bäume magst, hast du die Option einfach zu löschen. Einfach erstmal weg. Noch sechs. Noch sechs Bäume drauf. Zwei. Kein Baum. Blätter. Uhu. Laborerweiterung. Ähm. Ähm. Rentabilität. Würde dich gerne nehmen. Gibt es noch irgendwelche Bäume? Bauen öffner Rad der Liebe. Hab ich das Rad der Liebe schon? Was ist das Rad der Liebe? Riesenradio. Riesenradio. Zwei Fahrgeschäfte. Ziozin Kreaturen. Alien Planeten. Kreaturen. Alien. Alien. Alien Nashorn. ivierweiterung. agitinkhrisze. Viergele. Ver Keruzen. Informer. Auf keinen dabei. Äh? Ich habe vier Stück. Ziere zehn Kreaturen mit Alienplaneten. Thema. Guck mal nochmal. Alien. Oh, das ist auch schon gegessen. So, wo haben wir das? Ich hätte drei Laborerweiterungen frei. So. Weil die tragen das Geschäft. Okay. Haben wir jetzt schon. Wir sind jetzt gerade hier. Ich habe schon eine Insel gekauft. So, was macht der Insel? Inselrat ist klar. Sind noch keine Leute da. Ich warte ein Schiff. Einmal Piratenchiff. Was decken die Leute zum Piratenschiff? Wenn ich mich auch hier angucken. Geht viel schneller. Begeistert, begeistert. Preis ziemlich in Ordnung. Wadeschlange ziemlich voll. Ist es immer noch so, dass sie... Ja. Die tragen den Park. Ganz schön. Die machen hier ganz schön Wiese. Aber die Leute kommen erst an. Geht's hier. Ja. Los. Gut. Und das Menschen. Oh, ein Krabbelvieh. Oh. Was hast du denn so schön als vor? Mächtig langweilig, wa? Roberta und Bekannte. Total begeistert. Yey. Was sagt mir eigentlich mein Personal? G. Drei, vier. Die müssen alle weggucken. Okay. Hätten wir das? Das ist Hamilton. So, die bringen mal neue Besuchers. Dann kann ich nicht viel machen. Ein bisschen Geschwindigkeit anheben. Was mit dir? Okay. An was liegt es? Shops. Oh, ist hier ganz schön in die Kante. Der Rest geht. Der Rest wird von Shops getragen. Die Besucher müssen erstmal hier hin. Was sagen die Besucher? Hm. Muss langsam vorangehen. Das hier haut richtig rein. Wir müssen irgendwie Leute in den Park kriegen. Also da hinten hinkriegen. Bist du voll? Okay. Okay. Wir machen jetzt erstmal da hin. Äh. Bearbeiten. Äh. Wie begrate ich das F? Ähm. Wie begrate ich das F? Was ist denn für eine Kurve? Yes. Ne, ich möchte hier noch einen Fehler einbauen. Jetzt mal hier eine Feder. Ja. Schneidet sich mit anderen? Kann ich gar nicht. Okay. Okay. Können wir jetzt mal schnell durchlaufen machen? Okay. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, hier soll ein... Hier soll eine Feder hin. Und du wirst ein Kettenlift. Was hatte ich denn hier nochmal? Ähm... Später? Ja. Rentabilität mehr, Begeisterung mehr. Das ist klar. Hygielift. Gebildliche Fahrt. Sicherheit. Komet. Geht. Ist klar. Gut. Bearbeiten. Die kann ich jetzt nochmal da mal weg werfen. Und testen wir das nochmal. Perfekt. Perfekt. Perfekt kommt immer gut. Weiter geht's. Die kommt noch. Ein Schiff. Was ist da mit? Nur positiv. Macht aber ein bisschen Mieze. Da geht langsam ein Plus hoch. Ja hier drüben läuft's. Aber hier drüben müssen wir noch was umbauen. Ich muss mehr in Porsifikation. Ich komm hier schon gar nicht mehr hinterher. Gut, wie sieht's eigentlich aus mit den Gästen? Ja, die haben Dors. Die haben richtig Brand. Mist, der theoretisch eigentlich noch was hier hinsetzt. Oh, jawohl. Ich hab ja neuer. Ja. Ja, richtig Geld, ne? Dafür ist das echt gut. Na denn? Hier gibt's alles. Ne. Boah, die müssen auch schnell arbeiten. Immer einen langen Meter hin da. Damit wir endlich aus dem Minus rauskommen. Ne. Ja, damit die Leute ziehen, ne? Ich komm Leute zum... Zum Fressen hierher. Ja, ja. 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 Gut. Mhm. Was sagt mein... Kredite? Gierig. Krieg nochmal 5000. Böse, gierig. Nur zwei Getriebe. Woran liegt der hier? Softdrinks. Die reißen alles wieder raus. Muss alles zu pflasteren mit dem Zeug. Die reißen alles raus. Irgendwie reißen die alles raus. Ich glaube das Karussellfahren ist hier nur noch Nebensache. Der muss einen Umsatz machen. Das treibt mich in den Ruin. Es geht voran. Ich würde gerne hier eine Impulsifikation machen. Das möchte ich gerne mal sehen wie das aussieht. So einmal kurz die Shops übersehen. Wie das Riesenrad und die Achterbahn. Das geht eigentlich auch. Wir müssten langsam wieder mal ins Fluss kommen. Wir müssten eigentlich langsam mal wieder ins Fluss kommen. Was gibt es denn hier? 4 5 Ist nicht beliebt. Das Opfer kaufen. 6,50. 3,80. Wir müssen die Preise optimieren. Wir müssen halt aufs Minus raus. Zusehen das war irgendwie alles verkaufen. 7 7 7 Immer die imposifizierten Sachen. Okay Hier drüben 5,50 Natürlich. Erstmal müssen wir so weit es geht ins Plus rein. Es wird, es wird, es wird. Aber okay. Ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.